Hallo Leute, ich bin der Legendenkiller und zeige euch heute wie ihr die Trophägegentur nicht mit mir bekommt. Ja, da ich habe jetzt schon mal ein Video zu der Trophägegen gemacht, aber da anscheinend viele Probleme mit der Trophägegen haben, habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach nochmal wie ich es gemacht habe. Also am besten macht ihr einfach eine Anschlusspartie, denn wie hier zu sehen, stellt ihr Gegner auf Amateur, Halbzeitlänge auf 20 Minuten, dass ihr nicht immer wieder das Spiel neu starten müsstet, solltet ihr es in einem Spiel nicht schaffen. Aber ich habe es auch im ersten Spiel geschafft, ist eigentlich relativ easy wie ich finde. Dann geht ihr am besten auf CPU, Gameplay anpassen, macht dann Sprinttempo und Antritt auf 0, Fehlerhaftigkeit von Schüssen auf 100 und am besten Fehlpässe auch auf 100, dann noch die Schusshärte und Passhärte von den Gegnern auch auf 0, sodass ihr möglichst die Gegner euch nicht stören, wenn ihr versucht zurück zum Torwart zu flanken und der versucht dann halt den Flughoffball zu machen, damit ihr die Trophäe bekommt. Dann könnt ihr noch hier eure Torwartfähigkeiten auf 100 stellen, sodass euer Torwart ja, wie das steht, die Sicherheit des Torwartes, damit er öfter mal einen Flughoffball vielleicht macht. Und dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. So wie ich es im ersten Video gezeigt habe, ihr nehmt einfach irgendeinen Verteidiger, drückt doppelt Viereck, sodass er zum Torwart flankt und versucht dann mit L2 und Kreis den Ball rauszuköpfen. Oder wie ich es hier gemacht habe, ihr spielt einfach zur Mittellinie, ladet so ungefähr drei Balken auf und flankt zurück zum Torwart. Also das finde ich ist eigentlich eine gute Möglichkeit. Wie hier zu sehen, habe ich es direkt zweimal hintereinander geschafft. Hier müsst ihr einfach nur, ja, wie gesagt, auf ein Tor zu laufen, dann nur Viereck halten, sodass er die Flanke nach hinten macht. Kein Doppelviereck, ein einfaches Viereck und dann einfach Doppelkreis, sage ich schon, einfach L2 in den Kreis drücken, dass euer Torwart einen Flughoffball macht. Und dann solltet ihr Trophäe bekommen haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, es klappt diesmal bei euch.